Sportfest heute. Der TSV Nöchling spielt gegen Rapidlegenden. Bei mir der Kapitän von Nöchling. Wie werdet ihr heute das Spiel anlegen oder wie ernst nehmt ihr es? Wir nehmen das Spiel sicher ernst. Man kriegt nicht oft die Chance, dass man gegen Rapidlegenden spielt. Die werden uns sicher reiner lassen, aber wir sind läuferisch gut drauf und mal schauen, was rauskommt. Wir sind positiv eingestellt. Werdet ihr mit einer Mannschaft, zwei Mannschaften spielen gemischt? Wie schaut das aus? Wir spielen eher durchgemischt, die U23 und wir sind 19 Mannkader. Was ist Ziel für heute? Ziel war ein Wahnsinn. Es war ein Sieg. Man sieht, es ist alles möglich. Österreich, Stuttgart, Deutschland. Warum nicht? Aber ich freue mich auf ein schönes Spiel und auf ein fair Spiel. Warum sind die Rapidlegenden heute bei euch? Was ist da los? Wir haben 40 gehört, hier ist VNöchling und haben die angeregt. Und durch Sponsoren ist es möglich geworden, dass die nach Nöchling kommen und gegen uns spielen. Und nachher für einmal die 40 gehört jetzt von Nöchlingen. Und ja, das ist eine schöne Sache. Ja super, dann wünsche ich euch viel Spaß auf alle Fälle, weil man kickt ja nicht jeden Tag gegen solche Granden. Und ja, vielleicht schauen wir, ob jetzt Österreich, Deutschland wird. Genau, vielleicht, hoffentlich. Alles gut. Tschüss. 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 Tschüss.